Hallo Freunde und Herzlich Willkommen wieder zu Getterland mit dem Asphalt, mit dem Ember Aus und mit dem Max. Hallo! Hallo! Und die Gabi natürlich auch dabei als Special Guest. Ja, so. So, schon von außen sieht's schon mal schön aus. Gell? Soll die rechte Klingel benutzen. Ja. Nehmen wir aber die linke. Farm über dein Leben, wie heißt das Motto heutzutage? Schau, er geht gleich wieder. Ich glaub wir kriegen keine Gäste. Ne, ich glaub auch nicht. Da ist noch ne Klingel. Hallo. Hier ist noch ne Klingel. Da. Hä? Rezeptionsklingel. Buddy! Ja, Moment. Ja, Moment. Krass, ne? Bitte schön. Jetzt darfste reinkommen. Da ist der Eingang. Hier? Okay, das ist Englisch. Ich hab jetzt grad keine Lust zu lesen. Aber danke. Ich hab ein Geschenk mitgebracht. Echt? Ja. Nicht trinkbares. Alkohol. Cherry Brandy, hohohoho. No, warte, warte. Warte. Die kann man's, ähm. Ich hab noch 62. Kann man die hinschern? Ich tu den Kühlschrank. Ja, warte. Ich tu's auch Kühlschrank. Ja, warte. Kann ich gar nicht rein tun. Hallo, bin wieder da. Oh, man kann die hier unten in den Füßen rein tun. Oh, Herr Dole. Echt? Na, Herr Dole ist natürlich auch dabei. Oh, moin. Okay. So, ähm. Ja, hier am ME kannst du dir alles nehmen, was du möchtest. Aha. Achso, okay, gerne. Oh, geil. Kann die Lampen doch ausmachen. Oh. Tut mir leid, euer Strom ist aus. Hallo. Ja, jetzt auch mal drücken machen. Ey, war geil, man kriegt die wieder zurück mal in den Kopf rücken. Hier, runter. Äh, ach, da. Lol. Kann ich schon merken. Das sind... Elevator. Ja. Wenn ich zweimal hoch gehst, besuchen wir mal vom Dach. Ja, das ist unsere Landebahn. Ja, das ist unsere Landebahn. Ja, das ist unsere Landebahn, wenn wir mal wieder von der Auswärter irgendwo kommen. Aha, Boton, ja. Wenn wir mal irgendwo besoffen durch die Gegend geflogen sind. Haha, also irgendwie... Ja. Ui. Ne, halt. Einzuchen ist... Duschen hat schon... Ach, plötzlich... Ja, die kann's auch reingehen. Ey. Kann's rein. Wir müssen noch ein Bad bauen, die Küche haben wir schon mal. Hallo, komm, du hast jetzt... Geh duschen, komm. Wo? Hier, unser Schlafzimmer, da. Oh, schöne Betten. So. Ist auch noch nicht fertig im Schlafzimmer. Nee, das ist alles noch in Planung. So. Alles in Planung. Hey, komm her, komm her. Hey, wo? Hier. Hier hinten. Hier hinten. Achter. Hinsetzen. Hallo. Wir schauen ins Fernsehen. Wir haben schon spät. Aber nein-Cat ist ein bisschen, ähm... Wir haben schon spät. Schlechter Empfang. Nein-Cat. Reicht. Reicht. Was? Wir haben's schon... Oh, wir haben's recht null Uhr. Die Uhr ist irgendwie falsch rum. Das verstehe ich auch. Guck mal, wir haben Party. Warte. Party. 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 So. Gut. Reicht jetzt wieder. Warte, Deutzka. Kommt deine, äh... Juiceboxen eigentlich an, oder? Nee. Ah, die Juiceboxen. Wir machen Party. Nee, jetzt nicht. Haus-Party. Ich mag jetzt nicht. Er mag keine Party. Kann da mal verliegen. Puh. Okay, ein Toaster, eine Mikrowelle. Na klar, alles am Start. Denn die haben alles. Ofen an. Okay, schön. Waschbecken hat aber kein Wasser. Ja, das ist ja nicht so verleben, da... holen wir immer drauf und draußen ein bisschen, was das ist. Okay. Schöne Musik. Schön laut auch. Ich höre bestellen. Amazon. Wir haben Haus-Party gemacht. So. Ich verlasse sie dann mal. tschööööööööööööööööp ich geh mal kurz Leute draußen dreht ja auch den Brunnen Klar Meda Du denkst我们 noch halbe Sachen oder as? Dääh höchstens ganze Sachen entweder halbe Also was die kat οder Watte? Stefan ich dachte bei dir oder Erholz holen oder? Ach ooh das ist radio laut Auf thatou? ich glaube hat es sich jetzt ein bisschen ein was du machst ja macht es ich habe auch ein bisschen an der ich fest ja muss er nämlich ein bisschen bei der Xbox ein bisschen ein das ist unten dann tippt sich da ein Blubberg ist wie ich muss man schreiben sollte ein Klub und als er hat er beitreten kann klar und er wurde es bauen Ach! Ach so ich sollte erstmal Platz in dem Inf accompli. So. Ähm ... die brauchen wir noch? Erwarte mal Orkwood Neeer Hast du gar nicht gesagt »orgwood?» Orkwood? um auch mal an Ort gut aber so danke für die Lieferung na danke für dieses tolle Produkt war ich gebe Ihnen noch ein Dankeschön ja mich auch Kontinuitier hat das Komplätze momentar schämlich der Platz ernein ich hab dir was zu hoffen Roman das ist die Begrüßung Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, weil ich will verlieferen sein um eines die Begrüßung, die ich nehme... ich nehme einfach immer das, was gerade da ist ja, der Linke hihihi da gehst du hier ran ja, aber ich? ja, ist ja auch deins wie kriegt man denn Fluix Crystal? gar nicht ohne zu den Nachbarn zu gehen Das ist ne gute Frage, ohne es bei den Nachbarn zu klingeln. Zertus Quartz, Nether Quartz, Red Storm Dust. Buddy. Ich bin dran an. Obwohl, das kann ja eigentlich hier in einer Ding gehen. Nein, nein, nein. Ja, das... Nee, Mann, was? Wir machen das hier einfach in den Diamond Ships. Oh. Meine Turtle steht. Brauch' ich nur noch Kisten. Äh. Wo sind wir denn? Bin ich blind? Nein. Ja. Oh. Wo sind die Diamond Ships? Ach da. Lol. Ding. Oh. Äh. Lol. So. Nein. Eisen. Gold. Oh. Mann. Oh. Oh. Was. Das ist ein Beispiel. Taglich table taglich denn so ist es. Ja, ich weiß. Der Kki, ein bisschen, der Kip설 ist, dann hat man mit dem Signal auf. So sieht es aus. der Lacken von der Kuh das ist ein paar die Kraft beendet sich jetzt mit guten Köln guter Reise und besser das ist ein Köln-Königensportler neben dem aufs Mord wegschießen gehen in der Anwalt Das ist der Rock, das ist die Problem, ja. Ey, sonst hab ich immer die Probleme und ich hab hier mit dem Modpack gar keine Probleme. Das war nicht die Probleme. Kann irgendwas nochmal verkehrt, Bloop? Bloop. Besser. Kauf dir besseres Leben. Kauf dir besseres Internet. Ist nicht am Internet. Ich weiß. Kauf dir besseres Leben. Ja. Warum dein Leben? Baby. Das ist aber wirklich gut. So. Ey, Baby. Meine Turtles sind komplett. Hä, warum hat meine Turtles wieder aufgehört? Hä? Die denkt sich, buch, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Freilich. Das kann aber nicht so angehen. 10% hab ich schon. Dein Frau aufgehört, ey. Ja, nach viereinhalb Stunden. Bin interessiert. Ja. Hallo. Äh, was? Mich? Ja, wenn du dir auch viel verkaufst, dann können wir nachher noch spielen. Ja klar, ich kauf's nennen. Mal in 4 Stunden habe. Ja, ich muss mal schauen gleich. Ja, geht noch, geht noch. Noch, ich hab ja noch Zeit. Noch. Jetzt müssen wir mal schauen. Ach so, die Turtles kann ich ja wieder anschmachen. Hä? Okay. Ach so, ähm. Bam. Okay. Ähm, Sending. Configuration. Sollte sie aber genug. Auf dem. Dunkle oder Hamsters dann laufen. Oh, ich hab's Schild vergessen. Oh, im Kleinen darf sich jeder bedienen an meiner. Wo kann man sich bedienen? An meiner Turtle noch. Aber die hat ihn nur nix hoch gemacht. Pracht. Ähm. Das, das kann man vielleicht gar nicht mehr auf, auf private oder sowas stellen, ne? Nein. Das ist aber auch doof. So, und wir eben ne. Weapon. Platzieren die hier. Ähm. Muss da, muss da, äh, ein Item Duct oder irgendwie sowas ran? Oh. Du willst ja... Strom und Items. Ja. 13 sagt. Und... Ja gut, der Strom hab ich schon angeschlossen. Na dann... Musst du das auf jeden Fall tun. Warum ist das eigentlich noch der normalen Weg? Was? Was auf dem normalen Weg? Warum geht der Gleiter hier nicht? Aber warte mal, ich brauch Gleiter. Ich brauch bloß ähm... Wie heißen die Ender Conduit, oder? Gib doch einfach ein Conduit. Item, Item Conduit. Da hab ich sie doch schon. So. Dann würde ich aber ne Beschleunigungskarte rein klatschen. Eine was? Ne Beschleunigungskarte. Für was? Was? Die Items... Ähm... Ne Quatsch. Ne, ne... Ne Quatsch, auf der anderen Seite. Weil ich nur beschleunigungskarte. Ne... Die Items ja auch schon. Hallo. Ähm... Zack und... Zack. Und... Okay, hier ist dann bloß... Äh... Extrakt. Und... Always Active. Und hier ist dann... Insert. Das geht nicht. Ja, was? Du musst dir jetzt mal kurz herkommen. Ich muss dir mal kurz herkommen. Ich geh hinter dir. Ähm... Wenn... Ich dann sage, jetzt musst du mal hier oben mit in die Kiste reingucken, okay? Welche? Ja, in die da. In die... Die da. Oh. Okay. Guck da schon rein. Ja, es dauert noch. Ich muss jetzt mal los. Ich... ich will mal schnell den... Warte. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Okay. Warte. Geht das hier? Hier, hier, hier. Wenn. Oh. Das sind... Äh... Die brauchst du für Ding, ähm... Pass auf. Ich... Ich bau dir gleich eine... Dark... Dark Steel Chestblade. Okay? So. Ich bin jetzt auch wieder zurück. Wir brauchen... Wir brauchen... Diese... Diese... Von Ender IO gibt's Dark Steel. Daraus kannst du... Daraus kannst du... Daraus kannst du ein... Da... Da... Da brauchen wir... Diesen... Diesen... Ähm... Diesen Anvil davon. Da brauchen wir ganz viel Dark Steel. Und wenn wir die dann bauen... Die ist richtig OP, diese Rüstung. Dark Steel? Dark Steel heißt die. Kannst du wie gesagt auch mit Anvils upgraden und so weiter. Genau. Und da kommt dann auch dieses... Äh... Dieser... Dieser Kleider rein, den du jetzt grad gebaut hast. Der kommt in diese Rüstung rein. Genau. Kannst auch... Nachtsicht... Genau. Nachtsichtgeräte und alles. Da kann alles rein. Das ist... Das ist wie diese... Wie diese Power Armor. Obwohl die Power Armor finde ich eigentlich noch am besten. Kann ich jetzt da was rein tun? Da brauchst du ein Anvil für, ne? Oder was brauchst du? Äh... Ne... Du brauchst erstmal diesen Dark Steel Anvil. Ähm... Nur die Queries haben Schanklo gemacht. So wie ich weiß. Und wie macht man Dark Steel? Äh... Gleich. Drei Blätter hab ich schon. Ja... So kenn ich das halt. Ich hab sogar ein Dark Steel Leggets hab ich auch schon. Ja, die hab ich ja schon gemacht. Ja, die hab ich ja schon gemacht. Ja, die hab ich ja schon gemacht. Eine Chessplate hab ich auch. Der hat volle Energie. Voll geil. Haben wir... Wie viele items sind unter mir? Alter. Boah. 317 Apathit. 44 Kohle. 29 Eisen. Und... Wildpulver. Mh... 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 Ich kann aber auch schon mehr mit Farmen, aber egal. So, das da rein. Mh... 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 Ich hab dich erwischt Hau ab Hau ab Hier Ach ein Meiner Kenn ich gar nicht Ich hab dich erwischt Ich hab dich erwischt Ähm Operation 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 Stefan Alter Schau dass du den Meiner da reinlegst Hä Ich hab doch gar nichts genommen Der Elementar ist voll Hat er den Meiner weggezogen? Jetzt schon Wo ist das Eisen hin? Schau bitte kurz in die Kiste runter Ist da was drinne? Ja Ein Diamond Drill Was sind das für ein Spinner alter Na Chris warum machst du auch sowas? Warum zieht der den Diamond Drill raus? Ist der bescheuert? Nein Nein Ja jetzt mal verernstert Wieso wieso heute den Hä? Der mag ihn wahrscheinlich nicht Hall Ja Das wird ja auch nicht so gut Mann Mann Haben Sie denn noch herstellen? Brauchst noch was oder was? Äh Ich hab ein bisschen Ich hab jetzt noch ein bisschen Aber nicht mehr so viel Wie viel brauchst du denn noch? Nein ich muss ja mal gucken wie viel ich rauskriege Ich kann dir aber noch was mitbringen Wenn ich einmal hier bin Ja Dann baue ich dir auch gleich eine Rüstung Also du brauchst Die Quelle wird später auch auf sie nachbauen ne? Ja die Werde später richtig flotzen Ja die später Ah ne ich brauchte ja jetzt schon Ich hab richtig voll vergessen Uh Also ich braue jetzt gerade auch Würde ich dir dann auch so eine Rüstung bauen Erst braue ich eine N Welle und dann braue ich da ausbauen Das was du noch brauchst Das weiß ich nicht was du noch brauchst Ja alles Also die Hose und Oberteil Also Chesapeake brauchst nicht Hast du schon Ja doch baue ich Hä Ich dachte du brauchst Warte Also alles außer Alles außer Hose Ne ich hab die Hose und die Schuhe habe ich Okay Also mit dem Manyliumhammer geht ja obsidieren abbauen relativ fix da Ja 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 Muss ich sagen So Ähm Ich bring nochmal Ja so 20 oder sowas mit Ansonsten müssen wir dann halt mal Selber noch was farmen Ich will jetzt dieses blöde Ding da zum laufen haben So gut ich würde aber sagen wenn's Wieser wieder dabei ist Geht ihr wieder im nächsten Part Wenn's dann wieder heißt GERDERLAND Hahaha Bis dahin Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020